Also diese Kombination von einem Kunstfest, also einer Art Wandertheaterfestival und ein Volksfest. Also sie sind uns immer separat in der Gesellschaft. Die einen saufen und fressen und die anderen mickern dann so vor sich hin, weil sie keine Besucher haben. Und diese Mischung ist natürlich schön, das mache ich also, das liebe ich sehr. Ich wünsche Ihnen einfach, genießt Ihnen den Wein. Fußgeld! Einfach hierüber! Der Hetz ist jetzt auch kaputt gesetzt. Ha ha! Ha ha! Da hat es so geil. Vielen Dank.